Liebe Freunde vom Weintaxi, ich würde mich freuen, wenn wir zusammen eine tolle Weinprobe online genießen können, am 18.12. zusammen mit mir, dem Rainer Flick vom Weintaxi Joachim Flick, mit wirklich sehr interessanten Sachen von uns, einmal dem Pink Lion, einem Rosé-Sekt, mit dem Victoria-Berg, den unter anderem Prinz Charles und die Queen of England trinken und zu guter Letzt eine tolle Überraschung, etwas was zu keinem Festtagsmenü fehlen darf. Ich freue mich auf Sie, wir sehen uns am 18.12. zusammen zur Weinprobe beim Weintaxi.